Hallo! Hallo! Servus! 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 Zeit, 15 Burpees, 10 Sit-Ups, 10 Kettlebell Swings, 10 Gendlifts. Das Ganze natürlich so schnell wie es geht. Wird ein Sprint, Heimcap maximal 7 Minuten, weniger. Mal schauen. Okay, irgendwelche Fragen, was im Watt hat? Ja, passt. Sehr gut. Dann, machen wir uns ein bisschen warm. Schrauben wir ganz locker bis 10 Monster Burpees auf jede Seite. Links, rechts, 10 Stück. Schön das Bein nach oben bringen. Vielen Dank. 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 10 Sekunden. Zwei. 10 seconds. 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 11 seconds. 11 seconds. 11 seconds. Vielen Dank. 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 Sehr, sehr gut. Ich lasse jetzt noch zwei Minuten laufen, falls jetzt noch jemand am Arbeiten ist. Geht es gut? Sehr fein. Sechs Minuten dreißig, ich lasse es bis acht Minuten laufen. Also wer es jetzt gerade offline macht, kann es geben. Okay, letzte Minute, noch 60 Sekunden, dann machen wir Kappen wieder bei Minute acht. Was, noch eine Runde? Ich dehne nur den Rücken ein bisschen. Du dehnst den Rücken? Das ist eine gute Idee. Ja. Möchte ich auch was sagen, Nina und Andy? Okay, noch 20 Sekunden. Ja, Andy möchte was sagen. Ja, noch 15. Da haben wir jetzt völlig recht. Hayley Ames wird auch nach unten machen. Und drei, zwei, eins. Time-Chip. Sehr schön. Gut, ciao. Danke Eva. Dankeschön. Ich bin jetzt Wochenende, schönen Freitag. Jedenfalls. Wir sehen uns morgen, oder? Guten Morgen. Guten Morgen. Na, ich bin fertig. Ciao. 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 Ciao.